Das ist ein Kerl. Da geht noch was. Bisschen hab ich aus dem Start mitgebracht. Ne, boi, Philippe! Sweet Dreams. Ne, ich wohl eher Sweat Dreams, oder? Momentan ja, glaub ich auch. So, ich dachte, das ist so gut. Felix, geht da noch was? Ich liebe es. Jetzt ranzst er dran und jetzt? Und jetzt pumpt er. Das ist der Star unseres Videos. Ein Porno-Video. Sehen Sie, zu werden und macht zu werden. Deixa ich auf. Da ist noch etwas Erkussgeräusches. Da ist noch ein Blöck. So, dass das ein Blöck für sie ist. Dann ist er, dass du ein Blöck für sie fällig. Dann ist er, bei Philippe. Du magst mich so viel. Dann ist er und erinnert. Dann ist es, wie ich seja, souvenst du? Dann ist er. Dann ist er, bei Philippe. Dann ist er, bei Philippe. Nicht, dass er die Couch verwöhnt zu sehr. Oh, warte. Gib ihm, gib ihm, halb acht. Müssen ihm den Kommando beibringen, halb acht. Oh oh. Felix! Felix! Felix, The Bad Dog Part 3 oder 4? Der wechselt ja auch mal die Zeit. Der dreht sich komplett mit dem Ding. Alter Schwier. Willkommen bei Wetten, das ist nun die Aufgabe dieses kleinen Hundes. Nur mit Wackelbewegung dieses Sofa von... Wackelbewegung. 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 Wackelbewegung.